Im letzten Video habe ich ja bereits darüber gesprochen, dass ich hier erwarte, dass Bitcoin, als er noch hier war, nochmal diese Sellside Liquidity hier unten rausnehmen sollte und genau das ist dann einige Stunden später, glaube ich, direkt passiert. Hier wurde die ganze Sellside Liquidity hier rausgenommen. Wir sind in unsere Zielzone gekommen, in diesen Orderblock und geht es jetzt endlich weiter nach oben. Haben wir jetzt alles nach unten abgearbeitet, was abzuarbeiten ist, sehen wir bald wieder ein neues Outdoor-High. Wie ich gestimmt bin, was ich jetzt erwarte von den nächsten Tagen und Wochen von Bitcoin, wo sind meine nächsten Einstiege und was ich auch langfristig erwarte, das alles in diesem Video. Außerdem, was sehe ich gerade bei Casper und bei Avalanche, ebenfalls sehr interessante Charts, die sich hier ergeben haben in den letzten Wochen und sehr interessante Aussichten für die Zukunft, für die nächsten Wochen und Monate. Dann schauen wir diese Coins ebenfalls noch an. Ansonsten viel Spaß beim Video und bleibt dran. Wie gesagt, im letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass ich hier erwarte, dass diese Sellside Liquidity noch rausgenommen werden muss. Ansonsten bin ich noch darauf gefasst, dass wir hier noch eine Korrektur sehen und ein paar Stunden später ist der Kurs genau darunter gekommen, wo ich ihn auch erwartet habe. Er hat hier diese Liquiditätslücke hier angetestet und das ist ja typisch für den Kurs. Liquiditätslücken ziehen den Kurs immer an und bis zur Hälfte wurde das Ganze ausgefüllt. Tatsächlich ist hier noch ein Restteil übrig. Wenn ich das Ganze hier mal so einzeichne, sieht das Ganze so aus. Also dieser Teil ist hier noch offen, aber muss nicht sein, dass er geschlossen wird, weil wenn wir gutes, bullisches Momentum haben, ist das natürlich oft der Fall, dass solche Liquiditätslücken nur sehr kurz und nur etwas, maximal bis zur Hälfte, was auch hier passiert ist, angetestet werden, bevor das Ganze weiter nach oben geht. Deswegen konnte es sein, dass wir erstmal hier das Ganze vorerst abgearbeitet haben und erst jetzt, wenn wir in den eher, jetzt sagen wir mal, Bärenmarkt oder eher größere Korrektur übergehen, dann, dass wir dann diese Lücke dann endgültig schließen. Also ist jetzt nicht, muss jetzt nicht sein, wie gesagt, also ich habe schon erwartet, dass wir hier nochmal runterkommen, weil hier Sellside Liquidity hier übrig geblieben ist. Wie gesagt, falls du jetzt neu auf dem Kanal bist und ich weiß, worauf ich spreche, kannst du gerne die Videoreihe oben anschauen, da erkläre ich alles, was Orderblocks sind, Liquiditätslücken, Buyside, Sellside Liquidity und die anderen Elemente, damit du auch nachverfolgen kannst, wie professionelles Trading an erster Stelle überhaupt funktioniert, wie man profitabel traden kann und vor allem, dass irgendwelche eingezeichneten Dreiecken und sonst welche Informationen leider nicht funktionieren und wieso diese auch nicht funktionieren, erkläre ich ebenfalls in der Videoreihe, weil natürlich viele immer noch Geld dadurch verlieren, dass sie auf schlechte Analysen basierend ihre Tradingentscheidungen treffen und immer noch im Minus sind, vor allem, wenn die zu hohen Hebel nutzen, was natürlich auch gefährlich ist, was ich auch auf meinem Kanal schon mehrmals erwähnt habe, wieso das so gefährlich ist und wieso das nicht funktionieren kann. Auch wenn du in einer sozusagen grünen Zone in einem Plus, also deinen Stop-Loss in deinen Plus ziehst und dann erst deinen Hebel einschaltest, wenn viele da sagen, wir haben sozusagen einen verlustfreien Trade, wenn du deinen Stop-Loss in der Gewinnzone hast, was totaler Bullshit ist, weil sobald du einen Hebel von über 10x hast, ganz zu schweigen von höheren Hebeln, 20x, 50x, was es da nicht alles gibt, 100x, dann sind, also die normale Volatilität eines Altcoins ist immer stärker, also diese Range, in der sich das Ganze befindet, als ein, sagen wir mal, ab 10x Hebel, 20x und 50x Hebel überhaupt aushalten kann, weil dein Liquiditätspreis wird ja stark verkürzt durch diesen Hebel, den du nutzt, wenn du jetzt ein bisschen Ahnung von dem hast, wie jetzt Hebel funktionieren und was aus deinem Liquiditätspreis wird, je höher du deinen Hebel setzt und der ist dann so nah bei deinem Einstiegspreis, wodurch die Volatilität dieses Altcoins, sogar schon Bitcoin, immer dich irgendwann wieder rausfischt und irgendwann deine Position geschlossen wird und leider die, die nicht promotet haben, so einen Hebel zu benutzen, die verdienen dann natürlich an deiner Liquiditätspreis Geld und du leider nicht und das Ganze haben wir auch jetzt vor kurzem gesehen mit der größeren Korrektur von Bitcoin nach unten, was ist mit all denen, die jetzt mit einem 100er Hebel gesicherte Position sozusagen drin hatten, natürlich wurden alle liquidiert, weil nach dieser Korrektur sind ja die Altcoins umso stärker korrigiert und alle diese gesicherten Positionen, hoffentlich natürlich waren diese im Plus mit dem Stop-Loss drin, aber keiner hat davon irgendwie Gewinn rausgezogen, leider außer die Influencer, die das Ganze promotet haben, die haben richtig gut eingecasht, deswegen Finger weg von 10x-Hebeln, jetzt habe ich irgendwie etwas das Thema gewechselt, aber das lag mir irgendwo am Herzen, weil viele gelitten haben durch diese Korrektur und die nicht einfach nur im Spot drin waren, sondern mit gehebelten Positionen drin waren, haben natürlich alle Geld verloren oder zumindestens ausgestopft worden, hoffentlich im Break-Even, das wünsche ich natürlich für alle, aber das kurz als jetzt Off-Topic an dieser Stelle, ansonsten hier kehren wir zurück zum Bitcoin-Preis, wie gesagt, wir haben hier diese Korrektur, die ich erwartet habe, ist hier passiert, der Kurs ist hier wieder nach oben gekommen, wir haben noch, okay, wir haben diese hochs rausgenommen, was ich eher als Rausnahme von Buy-Side-Liquidity gerade an dieser Stelle sehe und nicht wirklich als Strukturbruch, weil wir hier nicht drüber geschlossen haben mit dieser einen Kerze, sondern das Ganze wieder runtergedrückt wurde, deswegen müssen wir jetzt über diese hoch, hier höheren hoch in dem Fall, eindeutig einen Schlusskurs sehen, sodass ich wieder, oder dass ganz klar wieder eine bullische Marktstruktur herrscht und solange das nicht passiert ist, hier auf gar keinen Fall werde ich irgendwelche Trades eingehen, weil das hier wirklich mitten im Nirgendwo ist gerade, also es könnte noch gut sein, dass wir vielleicht sogar diese Lücke noch schließen und was ich auch noch erwartet habe, wenn wir jetzt auf den Tagesstart runtergehen, haben wir ja nach der Korrektur, die ich hier auch mal vorhergesagt habe, die genau auf dem Breakerblock hier angesetzt hat, also hier haben wir den Breakerblock, der hier extrem markant ist und hier drauf wurde das Ganze wurde das Ganze hier angespielt, diesen Breakerblock sehr schön angespielt und dann davon abgerauscht und wirklich sehr schön, danach, oder bevor ich jetzt wieder runtergehe von den Zeitinheiten her, danach haben wir ja diesen riesen Docht hinterlassen und oft ist es so, dass solche großen, langen Dochte nochmal kurz angespielt werden, also das Ganze kannst du zum Beispiel hier sehen, hier haben wir ja wirklich auch eine Zielzone, die ich mal erwähnt habe, erreicht, der Kurs hier hochgekommen, ist nochmal runter, hat hier nochmal diesen Docht angespielt, weil innerhalb solcher langen Dochte, wieso diese angespielt werden, ist auf den sehr kleinen Zeiteinheiten oft ein sehr markanter Orderblock, hat sich entwickelt und in den höheren Zeiteinheiten sieht man diesen leider nicht, nur diesen langen Docht, genau das gleiche ist hier dann passiert, deswegen erwarte ich, dass wir hier irgendwo bis zur Mitte, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass wir hier nochmal runterkommen, diesen, hier den Orderblock auf den kleinen Zeiteinheiten und sozusagen diesen Docht kurz antesten und dann nach oben abrauschen, deswegen, und das würde nichts an meinem Szenario ändern, weil ich hier komplett bullisch gestimmt bin, also ich habe mich ja schon im letzten Video erwähnt, wie bullisch ich gerade bin, weil die Marktstruktur gerade so gut aussieht, weil wir nach unten vieles abgearbeitet haben, wie bereits erwähnt, all diese ganze Sellside Liquidity hier rausgenommen haben, über diesem Orderblock hier trotzdem geschlossen haben und nicht unter diesem Docht ebenfalls einen Anschlusskurs gesehen haben, dass zum einen, was kurzfristig passiert ist, langfristig immer noch hier diese fallenden, tieferen Hochs und mit diesem letzten Hoch immer noch ein tieferes Hoch dazugekommen und solche Marktstruktur heißt, dass hier extrem viele Short Trader im Markt sind und extrem im Profit gerade sind durch diese letzte Korrektur vor allem und deswegen, der Markt normalerweise, wenn er hier wirklich einen Blow-off-Top gemacht hätte und danach erstmal einen Bärenmarkt sehen würden, würde natürlich zumindest mit diesem Hoch hier, das wäre irgendwo hier im Endeffekt gewesen, also wäre ein kurzfristig ein All-Time-High erreicht, damit hier all diese Short Trader nochmal liquidiert werden, also ein Short Squeeze im Endeffekt passiert und danach, der Markt ist nach unten abrauscht, aber je mehr, wie ich hier tieferer hoch sehe, desto bullischer bin ich eingestimmt, deswegen, was das angeht, wenn du jetzt die letzten Videos nicht angeschaut hast, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier weitere höhere Kurse sehen. Ob wir jetzt direkt hier nach oben abrauschen oder erstmal diese und diese Zone und oder diese Zone nochmal erreichen, das kann niemand genau sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir hier in diese Zone kommen und dann kann man wieder Positionen aufbauen, entsprechend Einstiege finden auf den kleineren Zeiteinheiten, also man hat ja immer mit den Elementen immer gute Einstiegszonen, wo dann der Kurs auch mit der hohen Wahrscheinlichkeit dreht, was wir jetzt gerade sehen, ist überhaupt keine Zone eben nirgendwo, also hier würde ich auf gar keinen Fall irgendwie einen Trade starten, weil es gerade nichts passiert ist, wir sind immer noch über dem Konsolidieren und wir haben keinen Strukturbruch, so einen klaren Strukturbruch nach oben gehabt, deswegen warte ich hier auf jeden Fall ab und wie gesagt hier bis zur 51.600 kann das Ganze nochmal runter korrigieren, damit hier nochmal eventuell alles die letzten Nerven von allen im Endeffekt kollabieren und hier nochmal Trader verkaufen, wenn man das Ganze auf dem Wochenchart mal anschaut, wie gesagt hier dieses Hoch innerhalb dieser Lücke wurde sehr schön hier angetestet, das habe ich ja bereits von mehreren Videos mal erwähnt, dass ich das Ganze für wahrscheinlich auch halte und auf dem Monatschart habe ich auch mal gesagt, dass wir hier mit dieser Reihe an bärischen Kerzen, sozusagen ein Orderblock, wenn wir hier dieses kurze kleine, diese zwei kleinen bullischen Kerzen hier mal rausnehmen, oft kann man diese dann ignorieren, wenn so eine große Reihe an gleichfarbigen Kerzen hier herrscht, dann ist das hier eher nur ein bisschen neus und das Ganze ist sozusagen ein Orderblock, der hier nach oben bestätigt worden ist und das sind hier für mich nochmal riesige, riesige, habe ich ja auch glaube ich im Video erzählt, sehr bullische Anzeichen, dass wir hier einen Schlusskurs über dem letzten Outterm High haben, also nicht nur kurz drüber gewickt sind auf dem Monatschart, kurz wie das Ganze zum Beispiel hier passiert ist, weil das wäre eher gefährlich, dass wenn wir hier nur so eine Liqui-Aufnahme von diesen Short-Tradern hier gesehen haben und das Ganze runterrauscht, ist natürlich auch passiert im Endeffekt und die Wahrscheinlichkeit war auch riesengroß und dass wir hier einen eindeutigen Schlusskurs darüber sehen, ist ein sehr bullisches Anzeichen, weil danach tendiert der Markt nochmal nach 0 natürlich kurz nach unten zu korrigieren, eventuell habe ich sogar im schlimmsten Fall erwartet, dass wir hier in diesen Orderblock reinkommen, also bei der 45.300 etwas tiefer vielleicht sogar landen könnten, aber diese Doji-Kerze wurde hier erstmal angespielt und solche Doji-Kerzen, also wirklich mit sehr, sehr kleinem Körper und langem doch noch unten nach oben, kannst du auch gerne einen Test machen, halten oft ziemlich gut, also diese Doji-Kerzen, solche sehr markanten Doji-Kerzen, aber auch in kleineren Zeiteinheiten, ich kann das Ganze auch auf einen 2-Minuten- und 3-Minuten- und 5-Minuten-Chart anwenden, halten oft ziemlich gut, wenn schon der Markt in meine Richtung geht und ich hier zum Beispiel eine bullische Marktstruktur habe, dann sind solche Doji-Kerzen ziemlich gute Unterstützungszonen und das Ganze ist hier auch so passiert, kannst du gerne wie gesagt einen Backtest machen, dass solche Zonen oder solche Kerzen dann in Richtung deiner Marktstruktur sehr gut halten und wenn diese angetestet werden, das ist hier wie gesagt passiert und ich natürlich habe ich auch in Erwähnung gezogen, dass wir ja auch in diese Zone vielleicht reinkommen könnten, immer noch wäre ich da sehr bullish gestimmt, hätte nichts an meiner Einstellung hier geändert, deswegen sehe ich hier gerade, also bin ich persönlich ziemlich beruhigt über den weiteren Verlauf, ich sehe auf jeden Fall hier eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir hier diese Hochs auf jeden Fall noch rausnehmen und nochmal einen All-Time-High sehen. Schauen wir die nächsten Tage, wie schnell das Ganze passieren kann, wie gesagt, bin ich hier sehr positiv gestimmt. Bei Casper habe ich diesen Order-Block, ich glaube vor meinem letzten Casper-Video habe ich noch erwähnt und viele haben mir noch geschrieben, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, dass der Kurs so tief noch kommt, der Kurs war irgendwo hier oder hier, also ziemlich hoch und ich habe gesagt, hey, passt auf, wir haben hier eine Liquiditätslücke und einen Order-Block, sehr markant, wir könnten nochmal hier diese Zielzone erreichen für einen Short-Trade und punktgenau wurde das Ganze hier angetestet und extrem davon abgeprallt, wie gesagt, so ein Riesendocht, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir nochmal hier irgendwo kurz nochmal rein dippen, bevor es weiter nach oben geht, vorausgibt es natürlich, dass das Bitcoin weiterhin auch bullish bleibt, dann sehe ich hier sehr gute Chancen, also das wäre wirklich ein idealer Einstieg, also wer mein Video damals als Nachweis, dass ich die Zone schon längst drin hatte und im Video erwähnt habe, dass hier ein guter Einstiegsbereich ist. Deswegen hier sehr gut als Einstieg, immer noch gute Einstiegspreise meiner Meinung nach, weil wir hier, wie gesagt, noch eine Korrektur nach unten nochmal hier, ich erwarte, dass wir hier noch etwas tiefer kommen, bevor es weiter nach oben geht, natürlich nie garantiert, aber dass wir vielleicht nochmal diesen Docht hier, hier wurde er schon angetestet, die Wahrscheinlichkeit ist aber bei so einem Riesendocht auch da, dass wir hier nochmal reinkommen und noch etwas mehr diesen Docht nochmal ausfüllen. Deswegen hier, diese Bereiche sind sehr gut, um nochmal einzusteigen, natürlich, wenn du einen Einstieg auf den kleineren Zeiteinheiten siehst, was ich ja in meinem Kurs auch beibringe. Bei Avalanche habe ich vor sechs Monaten ebenfalls ein Video gemacht, bei dem ich gesagt habe, dass ich hier diesen Breakerblock, der ist noch markanter hier auf dem Tagesschart, hier diesen Breakerblock hier als gefährlich erachte. Wir hatten davor, also ich glaube, wir waren irgendwo hier mit dem Kurs und ihr habt gesagt, passt auf, also ich erwarte, dass es hier ein sehr starker, dieser Breakerblock ist ein sehr starker Magnet erstens für den Kurs, dass wir hier reinkommen und bis dahin ruhig eine Longposition aufbauen können. Aber hier man aufpassen sollte, weil dieser Breakerblock hier ist sehr markant und die Wahrscheinlichkeit, also hier ist dann dieses hoch nach oben gebrochen worden, dann nach unten abgerauscht, das ist ein sehr markanter Breakerblock auf dem Wochenchart. Und ich gesagt habe, dass wir hier eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass wir hier erstmal korrigieren und der Breakerblock wurde ebenfalls hier punktgenau angetestet. Also soll mir hier noch einer sagen, aber kommen immer Leute dazu, die relativ neu auf dem Kanal sind, die jetzt mit Smart Money Trading nicht viel anfangen können, die mir erzählen, was ich hier für komische neue Ansätze habe. Und ja, nicht nur ich, sondern schon mehrere Teilnehmer von mir, die ich auch interviewt habe auf dem Kanal, haben schon bewiesen, wie gut dieser Ansatz funktioniert. Und ich meiner Meinung nach auch der einzig gute Ansatz jetzt noch ist, um profitabel zu traden. Wenn du jetzt neu auf dem Kanal bist, die Interviewreihe kann ich ja oben mal verlinken mit auch meinen Teilnehmern unter anderem, die ich interviewt habe, die sind sehr profitabel schon auf dem Markt traden. Und sind hier wieder nach unten abgerauscht, haben hier diese Liquiditätslücke, diese Sellside Liquidity hier ebenfalls sehr schön nach unten rausgenommen. Also wirklich sehr schöner Aufbau. Also hier kann man wirklich nicht blind, ich würde trotzdem auf den kleineren Zeiteinheiten auf eine Bestätigung warten. Aber nichtsdestotrotz konnte man auch ein größeres Risiko eingehen und direkt einen Short eingehen. Manche wollen direkt hier das Ganze ausprobieren und wirklich von Anfang an dabei sein, ohne auf den kleineren Zeiteinheiten den Einstieg zu suchen. Kann man natürlich auch machen. Die Gewinnrate ist da etwas kleiner natürlich. Deswegen warte ich gerne auf den kleineren Zeiteinheiten auf eine zusätzliche Bestätigung. Aber so lässt sich auch wunderbar profitabel traden. Der Kurs ist hier wieder runtergekommen. Wenn ich das Ganze auf dem Monatschart zeige, dann haben wir hier sehr schön einen Orderblock mit dieser Reihe von blauen in dem Fall, aber bearischen Kerzen. Und dieser wurde hier sehr schön angetestet, ist hier in diese Zone reingekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da, dass wir noch eventuell diese Liquiditätslücke komplett noch schließen könnten, bevor es nach oben rausgeht. Aber muss nicht sein, wie gesagt, wenn die Bullish-Struktur auch bei Bitcoin weiterhin hält und das Momentum anhält, können wir hier auch nur etwas oder hier schon das Ganze mit dem Antesten dieses Orderblocks gesehen haben und weitere höhere Kurse in Zukunft wieder sehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt nicht mit Daytrading beginnen willst, was ich natürlich sehr empfehlen würde, weil natürlich auch in einem Bärenmarkt man die ganze Zeit profitabel short traden kann, wenn alle anderen Geld verlieren und täglich mal gute Einstiege finden kann, egal ob es nach unten oder nach oben geht. Aber wenn du jetzt eher so ein Hodler bist und langfristig einfach nur jetzt eine Position aufbauen willst und mit dem Bärenmarkt, mit dem Bullenmarkt hier mitgehen willst, haben wir hier bereits eine gute Einstiegszone meiner Meinung nach erreicht. Wie gesagt, keine Finanzberatung an dieser Stelle. Das sind alles Analysen, die ich für mein eigenes Trading hier nutze. Wie gesagt, do your own research in dem Fall. Und hier würde ich dann, um eine langsame Spotposition, gerne dann schon beginnen aufzubauen, wenn ich jetzt nicht unbedingt einen idealen Einstieg auf eine kleinere Zeiteinheit suche. Aber wie gesagt, hier erstmal ganz wichtig auch zu schauen, vielleicht nicht auf den Monatschart, aber wenn ihr das Ganze mal auf dem Wochenchart, auf dem 4-Stunden-Chart meinte ich, hier mal anschauen, dann ist natürlich hier so eine Art, also nicht eine sehr markante Trendlinienliquidität, nennt sich das Ganze, da sehr viele Hochs hier, die erfahrungsgemäß, wenn man so eine Trendlinienliquidität hier sieht, der Kurs hier hochkommt, ungefähr bis zur Mitte auf das Ganze passiert, das ungefähr so in diesem mittleren Bereich, eventuell, weil wir hier das Ganze auch so ausweiten können, könnte der mittlere Bereich auch in diesem Bereich hier sein, weil hier ungefähr das Ganze weiterhin auf einer Linie bleibt. Wenn ich das Ganze hier sogar unteste, ist es hier noch schöner, dass der Kurs irgendwo hier runterkommt und danach oft, wenn ich so eine Trendlinienliquidität sehe, nur ungefähr bis zur Mitte die ganzen Short-Trader hier ausgestoppt werden, danach der Kurs nochmal einen Rückzieher macht, nach unten korrigiert und dann weiter den ganzen Rest dann abarbeitet, also deswegen hier nicht einfach blind die ganze Zeit nur longen, sondern hier bei oder Mitte, wenn du in der Long-Position bist, aufpassen, eventuell können wir hier nochmal in eine Korrektur fallen. Ansonsten, wie gesagt, sieht das Ganze gut aus, wir sind für Spot-Trader, langfristige Trader in einem guten Einstiegsbereich gerade, für Long-Trader, wie gesagt, für Day-Trader würde ich das Ganze hier nochmal einen detaillierteren Ansatz hier empfehlen. Ansonsten, wenn du profitabler Trader bist, dann, wie gesagt, schreib mir bitte eine E-Mail oder per Instagram und ich habe da eine kleine Idee, deswegen, wenn du schon selbst profitabel täglich Day-Tradest, dann gerne mir schreiben und mich kontaktieren, ansonsten hoffe ich, dass das Ganze interessant für dich war, wünsche dir noch erfolgreiches Trading und einen wunderschönen Tag.